Musik 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 Die Geräte sind die Oberfläche, schmacken wir! Hier ist die Stromarmführer, Alter. Hakt den Ami um jeden Kreis. Verdammten die Hände, ist mir egal. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Was ist das? Achtung! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. Following in the footsteps of the ME-163, the Messerschmitt 262 was the first true turbojet fighter aircraft. Capable of flying 100 miles per hour faster than a P-51 Mustang, the 262 streaked across the sky at more than half the speed of sound. It was an aircraft truly ahead of its time. The Germans hoped it would win back the air superiority they so desperately desired. But the 262 was not invincible, and it was too little, too late for the loved one.